... zurück hier, Glock ist weiter hinter Alonso. Ich hab den verdacht, wir schauen uns nochmal die Bilder an, dass sie bei Nico links vorne gar nicht gewechselt haben, nicht wechseln konnten. Unfall Nakajima! Der Williams Toyota von Nakajima ist verunfallt, riecht nach Safety Car Phase. Der steht nicht gut, da liegen Teile, Fahrer sitzt noch im Auto.